Test 1, 2, Robbe hier, willkommen zurück zur neuen Folge von Samunas. Wow, holen wir wie immer. Erst mal die Rohstoffe ab und schauen, was es so im Sch... Oh jawoll, nice. Ganz klar, mystische Schriftrollen geht immer mit. Ich muss sagen, da hatte ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, denn ich hatte glaube ich innerhalb einer Woche, ja, da war fünf Tagen, hatte ich jetzt mittlerweile schon drei mystische Schriftrollen bekommen, durch den Shop hier. Auf jeden Fall immer kaufen, ganz klar. So, drehen wir noch eine Runde, wünschen wir uns was. Ja, ganz klar, 100 wäre richtig nice oder mystische Schriftrolle wieder. 150.000 hätte ich auch nichts gegen. Ah, das sieht mir aus wie 5 mal... Ah, 15 Energie ist auch okay. Ist auch okay, 15 Energie sind auch wieder so ungefähr 2, 3 Angriffe. Auch hier drinnen meine Truhe jetzt auch wieder pro Bevor. Ich müsste jetzt eigentlich mal wieder Boosts aktivieren, aber eigentlich wollte ich dir die Edelsteine ja sparen für, ja, die nächsten mystischen Schriftrollen. Kurz das Kommentar nochmal, ist schon etwas länger her, aber ich hatte ja mal Chloe gezogen, da wusste ich noch nicht, ja, wie stark sie wirklich ist. Oder ich wusste sie einfach nicht zu schätzen. Oder hat zum Beispiel der Seal Team SIX geschrieben, Chloe auf jeden Fall benutzen. Und irgendeiner hat auch noch geschrieben, was für ein Glück. Genau, Joa Panda, du ziehst einfach mal Chloe so einen Lacker. Also, da Chloe auf jeden Fall auch richtig gut geht da jetzt. Oder ist ja mittlerweile auch schon auf 5. Bald auch schon wieder Level 35 müsste es dann sein. Ja, genau. Also, da Chloe bleibt auf jeden Fall ganz klar stark in meinem Team. Und wenn man sich mal hier die Monster anguckt, was ich ja auch mittlerweile immer öfter mache. Und danach gehe ich auch so ein bisschen, was für Monster ich mir holen werde. So, hier gibt es leider noch kein Bella beziehungsweise Light-Licht-Inogami. Den will ich natürlich gerne haben. Aber wir können mal in die Festung der Riesen schauen. Schauen wir mal genutzte Monster. In Stufe 10 schauen wir jetzt einfach mal rein. Also, das hilft wirklich schon sehr, wenn man da einfach mal reinguckt. Hier zum Beispiel Berna habe ich mir jetzt schon geholt, weil ich einfach sehe, okay, er wird hier am meisten gespielt in der Festung. Und nicht nur da. Schauen wir mal einfach mal hier rein. Keine Ahnung. Hier ist Berna auch drin. Hier, Rang 7. Schauen wir noch mal. Keine Ahnung. Gucke jetzt mal irgendwas mal durch. Hier ist Berna auch drin. Und wäre natürlich auch fast immer, oder eigentlich immer dabei. Es ist Belladon. Hier, Licht-Inogami. Und da bin ich eigentlich heute dabei. Heute Sonntag. Sechster, Neunter. Ja, heute ist der Licht-Tag, will ich einfach mal so sagen. Aber jeder, wirklich jeder will Bella haben. Und man sieht es auch hier oben, immer hier oben drin. Oh, hier. Da hat gerade eine Inogami gezogen. Oh Gott, wie schreibt sich der denn? M-A-R-C-E-R-P-L-E-S-E-T-Me. Ich würde ja gerne jetzt eigentlich Eine Freundschaftsanfrage schicken Aber ich weiß nicht, wie man dieses Er da andersrum schreibt Keine Ahnung Oh geil Wäre natürlich cool, wenn er mich jetzt addet Kann auch leider so seinen Namen nicht anklicken Das ist total bescheuert Dann würde ich ihm direkt eine Request schicken Hm Vielleicht addet er mich ja Keine Ahnung, schauen wir gleich nochmal Also Bella will ich auf jeden Fall noch haben Ja, aber eigentlich habe ich mir schon wieder zu viele Ziele gemacht Ich hatte ja gesagt Okay, alles klar, hier Raok auf jeden Fall hoch Kulé bleibt hoch Dann natürlich Sylve Dann jetzt noch Bernhard Und wenn ich mir jetzt noch so ein bisschen ausguckt habe Ist natürlich auch die Shannon Weil die Shannon hat richtig Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gezeigt habe Ich glaube nicht Hat auch sehr viele Supporter-Skills Wie zum Beispiel greift den Feind mit einem Energieball an Der Angriff hat eine Chance von 50% Die Möglichkeit zu erhöhen Dass der Feind zwei Runden lang nicht trifft Chance ist hier noch relativ gering 50% erhöht sich zwar hier noch ein bisschen Aber okay Greift alle Feinde an und reduziert Ihr Angriffstempo zwei Runden lang mit einer Chance von 80% Also hier geht es quasi fast auf 100% hoch kann man sagen Und erhöht drei Runden lang Die Angriffskraft und Verteidigung aller Verbündeten Also ein richtiger Ein richtiger Supporter Kriegt man auch sehr sehr einfach Ihr seht auch hier Fähigkeiten schon sehr Ziemlich Ja nicht hoch Aber schon relativ gut gelevelt Weil es wirklich sehr einfach ist Die zu bekommen Also da hat die Shannon auch auf jeden Fall noch Ja haben wir getan so ein bisschen Viele Ziele auf einmal Da hatte ich ja auch noch mein Ninja hier Auch noch nebenbei gehabt Fusion habe ich erstmal so ein bisschen hinten dran gestellt So Was schon Wieso habe ich so viel Energie Ach stimmt habe ich ja gerade bekommen Oh Da würde ich doch sagen Fahren wir kurz mal kurz einfach mal Halle der Magie durch Und nebenbei erzähle ich euch ein bisschen was So Ja wie sieht es aus in der Gilde Team Robbe Wer Bock hat Einfach Kommt einfach rein Bitte Line App runterladen Hier auch nochmal Kurz eingeblendet für euch Momentan Sieht es so ein bisschen durchwachsen aus Wir gewinnen mal Verlieren mal Gewinnen mal Verlieren mal Aber das ist okay Das ist okay Jeder ist noch gerade so ein bisschen Ja am Aufbauen Damit sich so ein paar Monster zusammen So hat er schon mal was geschrieben Der Gute Nee hat noch nichts geschrieben Soll ich es nochmal vielleicht Gucken vielleicht liest er es nochmal Keine Ahnung Ich werde es schon irgendwie Ich hoffe dass ich es irgendwie Ich hoffe dass ich ihn irgendwie noch bekomme Dann habe ich ihn schon mal Dann kann ich ihn so ein bisschen leveln Auch wenn es das noch nicht unbedingt Priorität hat Aber das passt schon Ja auf jeden Fall Team Robbe wenn ihr Bock habt Kommt einfach in die Allianz rein Regelmäßige Kriege jeden Tag Quasi immer Oh von 10 bis 10 So ungefähr Ähm Aber wie gesagt Line App Licht Aber da könnt ihr mich auch add in line Oder Robbe JT Einfach anschreiben Und dann Schiebe ich euch In die passende Gruppe So hier überhaupt kein Problem Den klatschen wir schnell weg Auf Stufe 6 Auch relativ easy 7 Habe ich noch nicht geschafft Mit Freunden Habe ich es schon mal geschafft Ja aber Ich wenn ich die 3er Monster ja auf 4 erhöhen will Brauche ich ja 3x 3 Sterne Monster Und da fehlt es momentan einfach so ein bisschen Zudem will ich jetzt wieder Ich habe so viel Energie Ich müsste auch eigentlich jetzt mal wieder Ein Boost aktivieren Und meine ganze Energie verballern Beziehungsweise mit Dagora Auch so ein bisschen Farm gehen Das ist momentan so Stand der Dinge Nächstes Thema Dagora Ich habe mir überlegt Weil es öfters mal nachgefragt Wird Ja jetzt kannst du mal zeigen Dagora Solo Farm In Fame in Hell Hatte ich ja auch schon mal gezeigt Aber es wird immer wieder nachgefragt Deswegen hatte ich mir überlegt Ich habe jetzt ein Video gemacht Wo ich nur einmal Dagora Im Hellmodus farmen lasse Schreibt da auch nochmal rein Was für Runen man ungefähr dafür braucht Ich bin natürlich auch nicht der Pro Aber ich kann da zumindest meine Runen zeigen Und mit 4 Sterne Runen geht es auf jeden Fall Da kann er Solo farmen Wo ihr das Monster herbekommt und so weiter Also da habe ich mir gedacht Das mache ich so zwischendurch mal Wenn ich irgendwie Solo Stage farmen kann Oder vielleicht später auch irgendwann mal Klar hier den auf 10 schaffe oder sowas Dass ich dann einfach so kleine Videos mache Wo ihr euch das dann anschauen könnt Das werde ich dann auch unter einer extra Playlist Wie ich sie nenne weiß ich noch nicht Dann veröffentlichen Wie ich das Ganze dann nennen mag Weiß ich noch nicht Aber könnt ihr mal in den nächsten Tagen reinschauen Da wird auf jeden Fall was mit Dagora dabei sein So Ich würde sagen Einmal rennen wir noch durch Was kann ich Genau dann machen wir unbedingt gleich noch die Schriftrollen auf Ganz klar Aber jetzt Bin ja fast vergessen Hier ihr seht es ja hier Der Banner Der boostet hier meine Truppen Für das Angriffstempo Und Chloe natürlich Ja gibt meinen Verbündeten immer ein Schild Obwohl das Quatsch ist eigentlich hier Chloe hat sau viel Tempo Macht das Schild drauf Alle anderen greifen dann an Und sobald sie ja angreifen Ist das Schild wieder runter Also wirklich Sinn Macht das Ganze noch nicht Allerdings ist natürlich trotzdem Die Immunität drauf Quasi dass ich kein Dot oder irgendwas erhalte Für eine Runde Und von daher geht es dann auch eigentlich wieder So hast du mich eigentlich geedit Ich weiß es gar nicht Hat auch irgendwie nichts geschrieben Vielleicht ist es auch irgendwie kein Am Anfang wusste ich das ja auch nicht Mit diesem Dass man hier Die Secret Dungeons sich teilen kann Und so weiter Keine Ahnung Vielleicht weiß ich es auch nicht Aber ich kann gleich nochmal ganz schnell reingucken So macht die mal platt hier Haut rein Haut rein Und natürlich Werner macht natürlich auch noch die Rüstung kaputt Genauso was Raok auch macht Aber doppelt gemoppelt Sag ich mal Hält hier besser Weg mit dir So schnell Wollt aufmachen Eben gucken Ob ich Inogami Ersee habe Da werde ich nämlich Dann direkt gleich weitermachen Sag 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 Zwei Stück von den Dingen Okay Äh Gehen wir Dungeon Nein Hat mich nicht geedit Schade Ah doch hier ist er Ist er das Ist er das Ist er das Ist er das Anfragen Hm Ganz ehrlich Jedes Also wenn ich da oben reinschreibe Looking for Inogami SD Bla bla Kriege ich immer Drei vier fünf Anfragen Von diesen Ich sag mal Diesen low levels Und dann haben die den die Also ich glaube das Manchmal nicht Äh Das ist Ja Finde ich auch ein bisschen blöd Dass sie das machen Ich habe keine Ahnung warum So Jetzt aber Beschwörung Drei Rollen Auf damit Das gibt Food Ich denke mal das gibt Food Wow nice Vier Sterne Spektra Was Was ist denn jetzt los Ey Reziert mit einer Windböe Die Angriffsleiste aller Feinde Mit einer Chance Von 50% 30% Und zwei Runden lang Das Angriffs Tempo Max HP Mann ey Das ist ja fast schade Den weg zu hauen Hm Ich glaube den werde ich Für Ja die kann ich doch nicht Jetzt in In Bernal reinhauen Nur um das Keine Ahnung Weiß ich noch nicht Aber krass ey Was ist denn da los Das wird Food Hab ich noch gesagt Oh Ein Ach Quatsch Das gibt's ja gar nicht Den Wehrwolf Den Wasser Wehrwolf Den man sich hier Erfarben kann Im Event gerade Ist ja momentan Einfach mal so gezogen Gott sei Dank Hab ich das Event Gar nicht gemacht Rosa Hier Wasser Wehrwolf Gar nicht mal Dungeon offen Gott sei Dank Hab ich's nicht gemacht Jetzt hab ich ihn so bekommen Ist ganz gut Ist ich muss sagen Er gefällt mir sehr gut Mit dem Licht Zusammen Eigentlich die beiden Besten Muss ich mir überlegen Vielleicht behalte ich den sogar Schauen wir mal So Nächste Rolle Noch kein Food Dabeigewesen Oh Mit der kenne ich mich Auch gar nicht aus Mystische Hexe Wird die Angriffskraft Verbündeter Monster In der Oh um 21 Das ist stark Schadet dem Feind mit Gift Und entfernt einen Stärken Oh krass Das brauche ich Entfernt einen Stärken Effekt Außerdem werden Stärken Effekte Mit einer Schauze von 75% Lang Eine Runde lang Blockiert Beschwert Krähen Um den Feind Anzugreifen Und fügt mit einer 52% Eine Runde lang Konnt ihr die Schaden zu Oh das brauche ich Fährt einen Stärken Effekt Mystische Hexe Krass Klingt nicht schlecht Ich weiß Wie gesagt Ich kenne sie nicht Gleich Naja schreibt die wieder runter Oh Mann was den Lack hat Schon wieder so eine Hexe gezogen Wahrscheinlich Irgendwas Irgendwas wird sein Hm Was kann sie denn Wenn ich sie Hier Höht die Angriffsleiste Alle Verbündete Um 20% Erhöht Angriffskraft Und Verteidigung Boah Was Übel ist das denn Wollen wir mal reingucken Hier Ach Megan ist das Und von der habe ich Zumindest So öfter schon mal Was gehört Ich glaube Das War Waren drei gute Rollen Glaube ich Kann ich nun Weiterempfehlen Ich werde es auf jeden Fall Nochmal verfolgen Mal Megan Der hat Ich schaue gleich mal Ins Internet Schaue mal da Ein paar Kommentare ran Okay ich danke euch Wieder fürs Zusehen Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Wenn ihr Bock habt Team Robbe Einfach join Deine Runterladen Bis dann Macht's gut Leute Ciao